Ja, ich weiß, wie das funktioniert so halt, ne, so. Aber... Mechanics-mäßig? Keine Ahnung. Ja, musst du... Richtige Huren-Tipp. Hier musst du echt, äh, dich konzentrieren beim Last-Hitten. Warum? Ja, du hast doch nur fünf Schüsse. Und das Nachladen dauert voll lange. Naja, er kann eine ganze Wave-Claim mit seinen Skills. Ja, klar. Du musst dich ja trotzdem konzentrieren. Mehr als bei anderen. Und Mana-Verbrauch. Darauf achten. Wie bei Graves, bloß, äh, er hat nur zwei Schüsse. Ja. Graves hat aber, äh, lädt schneller auf. Ja, er hat dann eh noch extra. Ja, das tut aber, wie das... Hier, wenn du zum Beispiel drei von fünf Schüssen verschossen hast, ne, und aufladen willst, das dauert voll lange. Also dann mal leerschießen. Ja, ja. Ja, ja. Es dauert bestimmt fünf Sekunden. Zehn Sekunden? Also schon gefühlt zehn Sekunden. Sind bestimmt fünf, so. Nein, Twisted Fate, Level 7, Veteran. Ich hab gehört... Blau, blau? Ah, ne. Blau, grün. Man nimmt sich das blaue Jungle-Item? Echt? Olaf? Ja, anscheinend. Bisschen neue Musik? Ja, ne? Ich fang unten übrigens an. Ey, das ist doch neue, äh, Summoner-Musik, ne? Hörst du das? Ne, hör ich nicht. Hast du das ausreden? Ne. Hier, es gibt auch... Guck doch bei Sound. Und dann scroll ganz runter. Da gibt's... Ja, es gibt hier alte und neue. Ja. Ich hab das neue, aber es kommt... Hier gewordete Problemprobleme. Wo? Da wird gewordet. Allah, aber nicht. Ja, du kannst da warden. Ja, dann wird mein Blut auch gestealt, ey. Glaub nicht, war ich hier unten an. Ey! Guys! Lass mir den leer schießen. Ja. 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 Ich . Direkt logisch. Dachte ich schon. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Er ist doch voll leichter Champ. Ist das so? Naja, nicht wirklich so lang. Ja, hast du mit denen gespielt? Ich hab die ganze Drecksarbeit gemacht. Ja, du hast Support, ne? Ich lass dich nicht mehr auf andere Lanes. Ich hab mich gespannt, wie wir nach dem Spiel allein gerade. Und Garn ist auch Katastrophe. Oh, jetzt hat die anderen wirklich noch. Jetzt hat die anderen wirklich noch. Jetzt hat die anderen wirklich noch. Ja. Oh, die Weih kommt mir entgegen. Oh. Oh! Ja, Fau. Es ist hart Kacke, wenn man schießen kann. ja du musst geht auch bei mir wird direkt SEAL empfohlen warum? frag nicht mich ich habe ihn nur einmal gespielt frag Doublelift oder es ist Dixey Dixey? ja das Farms war eklig mit ihnen sag ich doch Dixey Dixey komm Wie er bürstet. Wow, ganz zu risky was für was. Nee, Wei war doch oben. Oh nein! Was mach ich da? Laugh. Der Deck auf vier Einständer wieder. Echt wie so ein Movement Speed wie ich den letzten Schuss mache? Ja, nice. Ja. Ja, ich sag doch wie Gnar so. Und, äh, durch Attack Speed erhöht sich der Movement Speed. Musik Wohhhhhh Wohhhhhh Klammer, Klammer. Wohhh marschänder, wohhh marschänder Wohhh,wear doch weit auf ja brauche ich wohl nicht mehr dazukommen ah doch ey komm mal, hilf mal die helft doch immer gerne wenn ihr die gleich ein bisschen pushen lässt na vielleicht müssen wir auch schon den drake warnen weiß ja nie ja, fahrer habt ihr den nicht bekommen? nein, du hast ihn weggehitten nein, die anderen doch, habe ich einen der meinte doch ja, wenn ich den hack hat er den post noch bekommen ach, du hast Decks gehabt ja, lachbar was wir auch gesehen haben der war knapp ich schwöre ey, was freuen die schon die ich schwöre lan wieder beide? oder nur eine? oder nur eine? vier, vier, vier wieder bot und mein erstes mal und mein erstes mal ein virgin da kommt so'n scheiß wieder, ey ja, die machen drag ja, kann ich nicht hin ich weiß nicht doch, du kannst das ist so ein lachhafter Scheiße ey äh 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 ich jetzt aber steigend ist fach auf so, i moved Top Regel der, wa? Also ist durch Gleich Ist nicht gewordert Ja, ist aber Oh, kriegst du die? Ja, die hat jetzt schlecht, die Huber Auch noch Ja, der lässt fest recht zu Morgana Egal, die sind beim Backfall der botlane Oh lol, da und ich Blah, verwand Die ist aufladen, ey Der Maga Ich glaub, die kommen wieder runter Die fickt mich doch, die ist doch verlau, Digga Blah, verwand Komm, fickt einen Hit noch Oh, ich weiß Die fickt uns jetzt Oh, die Flasche Fichte ich der nicht da? Boah, der Flasche Der noch Ja, guckt ja, hat ja Enter Nae bei Lä cái gì? Gieß Bu solutions Sind Bei BV BV La Es Boah, aber die Ulti hat ja richtig langen Cooldown, boah, oh nein, klar verwirrt. Schlecht unten, oder was? Ne, wir haben einfach so krassen Stress. Ja, wir haben einfach so viel Camp unten. Laugh, aber... Okay, da war auf dem schon weh, ey. Oh nein, Alter. Hat er nicht. Boah, Heal dann? Ne, Waze. Du hast gelockt und ich schaffte ja. Wieso ich dann runterbörse? Ich muss dann nachladen. Weggehen, angreifen, weggehen, angreifen. Na, fahr mal, Alter, du kannst reden. Hehehe. Was meinen sie denn so? Weggehen, angreifen, weggehen, oder du meinst sitzen, oder? Du kannst dann noch deinen Coo einsetzen, oder was ist denn der Strahl? Ah, alles cool, dong. Ah, alles cool, dong. Ah, wie was? Ah, lass dir die Blüte benutzen. Pop rein. Geht's nicht. Geht's nicht. Komm her, komm her, ich geht's nicht. Okay. Lass dir die Blüte benutzen, oder? Okay, was denn da ist ja nicht? ich hab kein Bock mehr ich hab kein Bock mehr ja, ich hab kein Bock mehr ja, ich hab kein Bock mehr schlafe aber, direkt die Kuss mit beiden Rats direkt die Auflösung direkt die Auflösung ja, ich hab kein Bock mehr oh das war jetzt mal ich hab den großen Mal hä? aha ich krieg eigentlich 1-shot-down ich locker die ulten, komm oh ey, ja beschütz mich, beschütz mich da fahre ich da fahre ich die Sicht von oben ist richtig schwierig das kommt drauf nicht klar so oh mein Gott ich sag's, ich hab viel schwach oh wow oh lord nein verpiss dich hast du gesehen? warte mal, komm mal ich hab kein Mahner mehr du auch nicht lol, nein warte mal oh ja Ja. Bye-bye. Ja. Ja. Komm' mir hentgen. Dude. Oh shit. Oh, falsch platziert. Brech ab. Oder mach die, das Camp. Ja, warte. Das Spiel ist recht langweilig. Relativ. Passiert nicht so viel. Alle Lanes haben es von alleine geschafft, so. Die solche Phase seit Jungles ist voll langweilig, ich denke auch. Brauchst nichts zu machen, Alter. Ist doch nur Kram. Das ist das Wichtigste im Game. Wenn alle Lanes läuft, dann ist es richtig langweilig, dann farmst du die ganze Zeit. Wir wollen was zu tun. Jungler ist nie arbeitslos. Wir farmen die ganze Zeit. Kick ich? Ja, mach. Ja, luche dich. Sunfire, war so. Er will Baron machen. Ah, nee, er will. So. Können wir hier rauskommen, oder? Doch, wenn, doch. Habt ihr vielleicht noch. Komm, ganz schnell. Hier? Ganz schnell. Also. So. 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 Geht mal wieder nach unten, ey Lass einfach mitgepushen, schweig jetzt, weil doch mach's nicht Das war zu greedy, ey Ich glaube ich stehe Ich habe einen Topfell noch Oh, schade Kein Mana mehr, ey Behindert Ich hab nur ult Ich glaub, das wird nix Fall Ich hab schon Das ist unten Auf Farmer, auf Gar Komm, Farmer Ja, ich hab Farmer das noch Guck mal, TD der TF, Alter Und ich hab noch Ich hab noch Ich hab noch einen Pot Ich hab noch einen Pot Ja, war ein bisschen zu viel Boah, Gin, Gin ist scheiße, ne? Pff, ja Schafft man nicht Wird schwierig, auf jeden Fall Ich glaub mit den Items, ne Kannst ja versuchen Versuch's doch mal Dann sehen wir ja, ob du's schaffst Leipzig hat aber nicht was gescheiße So, ja So, ja Ja, mach ich den gleich Hab ja genug Items jetzt, ey Dann sehen wir ja Ja, jetzt Die bei, die bei, die F jaaaaah feindlicher ulti aah du Spacko ey eh was denn hehehe du bist cool Oh wow! Ja, den verloren. Genau 25 Minuten. Echt, ich hab nicht. Sind aber schon... Das war schon ein krasser Win. Also ein eindeutiger. Das heißt krass.